Weil der 11. November noch nicht lange her ist, wollte ich gerne ein Video darüber machen und erklären, worum es geht und warum er hier gefeiert wird. Am 11. November feiern wir den sogenannten Remembrance Day. Das ist ein Feiertag in Kanada, in dem man sich an Soldaten erinnert, die im Krieg für das Land gestorben sind. Am 11. November werden außerdem im gesamten Land Schulen geschlossen, Geschäfte und Restaurants jedoch meistens nicht. Am Tag zuvor wird an der Schule außerdem eine Versammlung abgehalten, an der man über einige Soldaten spricht, die gestorben sind und am Ende wird die Nationalhumne gespielt. Die gesamte Versammlung dauert ca. 15-20 Minuten. Während der Woche des Remembrance Day trägt man außerdem diese Anstecker, die sogenannten Copies, mit denen man den Familien der verstorbenen Soldaten seine Unterstützung zeigt. Hoffentlich hat euch dieses Video gefallen und informiert. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Bis zum nächsten Mal.